Wie mache ich denn eigentlich eine Webseite barrierefrei bzw. wie kann ich die Barrierefreiheit und Barrierearmut einer Webseite optimieren? Ich habe heute die besten Tipps für Sie und mein Name ist Michael Bernecker, Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und wir setzen uns jetzt seit 20 Jahren mit barrierearmut und barrierefreien Webseiten auseinander und ich habe ein bisschen was für Sie vorbereitet, wie Sie auch Ihre Webseiten überprüfen können, um hier in Zukunft gesetzlichen Auflagen Genüge tun zu können. Ja, Barrierefreiheit, Barrierearmut sind zwei Wörter, die halt eben sehr traditionell unterwegs sind und auch in den nächsten Jahren wieder nochmal an Bedeutung gewinnen werden können, da wir unter dem Aspekt Inklusion natürlich halt eben auch hier Ansprüche haben heutzutage, die wir auch erfüllen wollen. So, Barrierefreiheit heißt, dass alle Nutzer einen Zugang bekommen müssen zu einer Webseite, ohne zusätzliches technische Anlagen oder Geräte nutzen zu müssen. Und um eine Webseite wirklich barrierefrei zu bekommen, gibt es nun einige Hinweise, auf die man achten sollte und ich stelle Ihnen jetzt mal die wichtigsten Punkte vor. Tipp 1. Trennen Sie Inhalt, Struktur und Design. Der erste Punkt ist erstmal, dass wir uns bemühen müssen, Inhalt, also Content, Struktur und Design voneinander zu trennen. Das heißt, diese Komponenten müssen natürlich gegeben sein, damit ich eine gute Webseite habe, aber ich muss dafür sorgen, dass egal welches Endgerät existiert, die Konstellation neu zusammengebaut werden kann. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der ein technisches Gerät wie ein iPhone oder sogar eine Smartwatch nutzen möchte und sagen möchte, hey Siri, mach mal das und das, dann muss halt eben der Content darin ausgespielt werden können. Und wenn ich einen großen Rechner habe, einen großen Monitor habe, wo ich sehr viele Möglichkeiten zeigen kann, dann ist Design vielleicht wieder an einer ganz anderen Tagesordnung. Das heißt also, die Dinge sollte ich trennen. Es gibt da auch sogar Begrifflichkeiten zu, wie zum Beispiel Headless CMS. Das heißt also CMS-Systeme, die zunächst erstmal Design und Content getrennt behandeln und dann schauen, welches Endgerät greift darauf zu. Tipp Nummer 2. Sorgen Sie dafür, dass Content skalierbar ist. Ein zweiter Aspekt, der sehr wichtig ist, ist Skalierbarkeit von Content. Das heißt also, je nachdem, wie groß ich Buchstaben machen muss, Sie sehen, ich bin hier Brillenträger mittlerweile in meinem Alter. Wer da in diese Phase kommt, merkt plötzlich, hey, diese Buchstaben, die früher ganz normal sahen, sind doch verdammt klein geworden. Und Sie kennen das von Smartphones, kann ich mir kleine, mittlere, große Schrift einstellen und bei Webseiten und Content sollte das auch möglich sein. Responsivität. Die Aspekte überlagern sich da. Das heißt also, die Designkomponente muss also jetzt möglich sein, dass ich auf einem großen Monitor, kleinen Monitor, Smartphone, auf einem Tablet oder auf einer Smartwatch, wer weiß, was es noch in Zukunft gibt, in meiner Datenbrille müssen die Dinge auch anschaubar sein. Also das muss skalierbar sein, noch responsiv sein. Also nicht nur Skalierung, sondern tatsächlich auch auf die Endgeräte anpassbar sein. Tipp Nummer drei, sorgen Sie dafür, dass HTML berücksichtigt wird. HTML Basics, das heißt also, JavaScript und Co. ist sowieso schon immer problematisch. Das heißt also, ich muss meinen gesamten Content, meinen ganzen Webauftritt, so in HTML programmieren, dass es möglichst fehlerfrei ist, ist, dass unabhängig vom Browser die Inhalte auch sauber dargestellt werden. Sie kennen das vielleicht, man geht vielleicht mit einem Safari-Browser auf eine Webseite, dann sieht die leicht anders aus und funktioniert vielleicht auch anders, als wenn ich dann halt eben mit einem anderen Browser von Microsoft oder von Google da draufgehe. Das heißt also, ich muss schon schauen, dass das halt funktioniert. Tipp Nummer vier, klare Navigation. Navigation muss so sein, dass es einfach ist, deutlich ist und jeder auch direkt weiß, wo er hin soll und wo er herkommt. Sie kennen das auch, wenn man auf Webseiten ist und sucht da irgendetwas und dann ist irgendeine Information hinter einem Menüpunkt versteckt, wo man sich sagt, wow, wusste ich nicht, dass man das so nennen kann. Ja, das heißt also, ich sollte mich an die Standards dort halten, sodass jeder, der halt eben Navigation oder sich durch ein Webangebot navigieren möchte, weiß, wo er hin möchte. Tipp Nummer fünf, hohe Kontraste. Also auch das ist wieder so ein Thema, wenn man mit Brille unterwegs ist, dann merkt man plötzlich, okay, dunkle Schrift auf dunklem Hintergrund ist eine echt grausame Veranstaltung. Ja, und die blaue Schrift auf dem grünen Hintergrund geht auch nicht. Das heißt also, hohe Kontraste, ja, das heißt, wenn ich eine weiße Schrift habe, dann muss ich einen dunklen Hintergrund haben und umgekehrt, damit alles gut lesbar ist, auch für diejenigen, die vielleicht halt eben nicht mehr ohne Brille zurechtkommen. Tipp Nummer sechs, einfache Sprache. Ja, also ich sage immer Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt. Ja, natürlich lernen wir im Deutschunterricht in der Schule schöne Schachtelsätze mit Nebensätzen, mit möglichst vielen verschiedenen Verben zu arbeiten. Aber bemühen Sie sich, eine einfache Sprache zu wählen, damit halt eben jeder den Inhalt auch versteht. Insbesondere, wenn wir mit mehreren Sprachversionen arbeiten und, und, und. Ja, also Fachsprache ist natürlich immer ein spannendes Thema, aber wenn ich halt eben mit allen Menschen kommunizieren möchte, muss ich halt eben eine einfache Sprache sprechen. Schauen Sie sich mal Webseiten an, wenn Sie von staatlichen Institutionen sind. Ja, da ist nämlich häufig, man nennt es immer so schön, das Beamten-Deutsch gewählt, was wir in unserem normalen Sprachkontext gar nicht mehr so richtig verwenden. Und wie schwierig dann plötzlich einige Dinge werden. Also versuchen Sie, zielgruppenorientiert, anwendungsorientiert möglichst einfach zu schreiben. Genauso wie ich jetzt gerade versuche, möglichst kaum Fachbegriffe zu verwenden, um eine einfache Transportierung von Fakten zu bekommen. Tipp Nummer sieben, Akronyme und Abkürzungen vermeiden. Ja, also es gibt viele Organisationen, die sind Weltmeister im Abkürzen. Ja, da sagt einem dann jemand, ja, Sie müssen mindestens mal fünf Jahre hier in einem Unternehmen arbeiten, um überhaupt zu wissen, was die ganzen Abkürzungen sollen. Ja, Abkürzungen sind sehr spannend, ja, und auch im technischen Kontext meistens Standard, aber nicht auf Webseiten. Das heißt also, der ganze Content sollte halt eben auch ohne, beziehungsweise mit möglichst wenig Abkürzungen zurechtkommen. Selbst wenn Sie glauben, hey, da kann ich doch den Text viel griffiger formulieren, ja, passen Sie da ein bisschen auf. Tipp Nummer acht, verwenden Sie Metadaten und Bildbeschreibungen. Ja, und dann noch ein bisschen Daten, ja, so Metadaten und Textalternativen für Bildbeschreibungen. Ja, Sie kennen das vielleicht. Da wird ein Bild nicht angezeigt im Browserverlauf, ja, und dann weiß man nicht, worum geht es denn da eigentlich, ja. Der berühmt-berüchtigte Alttext, ja, der auch dann in der Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel relevant ist, den schon immer dazuschreiben, weil wenn das Bild nicht angezeigt wird, steht aber dazu, ne, das ist das Foto von Michael Bernecker, ja, ohne dass Sie halt das Bild sehen, aber wenn es dann auftaucht, wissen Sie, das ist Michael Bernecker. Ja, so, das heißt also, ich muss halt eben bestimmte Elemente auf meiner Webseite dann auch tatsächlich mit Metadaten versehen, damit halt eben die Systeme auch damit gut zurechtkommen. Das waren die wichtigsten Tipps, um Barrierefreiheit und Barrierearmut auszulösen. Schauen Sie sich noch ein bisschen hier auf unserem Kanal um oder auf unserer Webseite vom Deutschen Institut für Marketing. Da finden Sie weitere Informationen, um Webseiten zu optimieren, um das Thema Inklusion an der Stelle mit zu begleiten und eine barrierearme oder barrierefreie Webseite zu erstellen. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören. Bis demnächst, Ihr Michael Bernecker.